Hallo zusammen, zurück zu einer neuen Folge von The Sims 4 und zwar bei unserer Disney Legacy Challenge. Ich habe gedacht, ich nehme heute nochmal eine Folge auf, gerade weil ich Lust habe und ich habe in der Nachbarschaft schon ein paar Männer einziehen lassen für unsere Snow White, für unser Stehwittchen. Ich habe sie so genannt, weil Snow, der englische Name ist, Snow White, Schneewittchen. Hört sich besser an, als wenn ich sie als Schnee und mit nach einer Wittchen genannt hätte. Also fand ich das irgendwie schon besser. Okay. Warte, sie malt doch fein. Dann gehen wir mal auf dem Grundstück, wo ich die Männer einziehen lassen habe. Sie muss ja auch ein bisschen Geld verdientes Haus dann später ausbauen können, weil immerhin müssen wir ja auch sieben Kinder bekommen. Das wäre noch lustig. Und nur bei dem letzten Kind dürfen wir ein bisschen cheaten. Das ist ein Mädchen wert. Weil die nächste Challenge ja dann die Cinderella Challenge wird. Okay, verkaufen wir mal. Und dann gehen wir mal los zu dem Grundstück, wo ich die Männer einziehen lassen habe. Es sind nicht viele drei Stück, glaube ich, waren das, die ich einziehen lassen habe. Und zwar hier, in dem kleinen Häuschen. Und dann können wir uns Sachen noch, die wir mal vorstellen. Dann müssen wir gucken, wer am besten denn zu unserer Schneewittchen passt. Also, Moment mal. Dann haben wir hier Fabian Lörer. Aaron und Bennet. Ja. Gut. Stellen wir uns den beiden mal freundlich vor. Der dritte weiß ich noch nicht, wo der ist. So. Äh, warum Minus? Und er geht rein. Ja gut, da müssen wir auch gleich klingeln. So, wir unterhalten uns aber erstmal mit ihm, weil er sieht schon ganz gut aus. Aber ich glaube, die beiden werden nicht so warm miteinander. Ja, also, ich gucke das mit den Händen rein. Da bin ich mir noch nicht so sicher mit den beiden. So, mal gucken. Überwölkten Himmel sprechen. Mach mal. Mehr Jungfrauen nach Armen. Ernsthaft? Nach Karriere fragen. Fragen, was er beruflich macht. Aber, er redet schon von uns. Snow hat erfahren, dass Fabian arbeitslos ist. Ah, toll. So, ähm. So. Dann wirst du mal an der Tür klopfen. Und da ist der andere. Jeremy Laurent. Okay. So. Dann wirst du dich den beiden noch freundlich vorstellen. Obwohl der Jeremy auch ganz knuffig aussieht. Muss ich sagen. So. 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 Über Interessen reden. Ja, Romantik ist noch ein bisschen zu früh. Smalltalk. Kennenlernen. Er ist kreativ. Hat die Charisma Fähigkeit erworben, auch gut. Über Angelplätze reden. Aber wir kriegen schon ein bisschen grünen Balken. Also das... Mit Familie angeben, ja. Du hast doch keine. So. Tagfragen. Vampir-Lebens-Di-Lomi, ja mach mal. Gefühle erhalten. Dass du diese Zeit für mich nimmst, bedeutet mir wirklich viel. Ich wollte nur, dass du das weißt. Okay. Aber es läuft schon gut, muss ich sagen. Gefühl gegenüber Jeremy. Zusammenwachsen durch gute Zeiten. Ja. Ähm. Ja, erzähl ihm doch was. Vielleicht gehen wir heute Abend auch mal ein bisschen... Naja, weg ist eigentlich relativ, weil wir spielen die Schneewittchen-Challenge. Das hat jetzt eigentlich nicht so was mit Bar und sowas zu tun. Warte mal. Fragen, ob Sim Single ist. Mit ihm läuft es am besten, muss ich sagen. Tiefgründige Unterhaltung. Er ist auf jeden Fall Single, das ist gut. Interessenreden. Murno, Justin, und ich, he? Poo-Gee. 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 Okay. Dieser Sim ist ein Meisterwerk. Anscheinend hat sich Snow soeben mit einem idealistischen Sim angefreundet. Idealistische Sims sind in kreativen Dingen besonders begabt. Sie schlagen häufig den Weg der Kunst oder Musik ein und mögen kreative Tätigkeiten aller Art. Würdest du im Hinblick auf die Sim-Prävenzen sagen, dass Snow idealistische Sims mag? Ja, komm. Wird sie beenden jetzt hier? Er ist ein Spinner. Okay. Wissen wir Bescheid. Kälte Temperaturen reden. Nach Tag fragen. Warteschlange bis folgen. So. Aber es läuft super. Oh, sie haben schon ein bisschen geflirtet. Sie werden auch schön heiraten. Ich weiß nicht, ob ich dazu auch... Ob das hier reinpasst. Ähm. Dieses Hochzeitsgeschichten-Ding. Für einen Hochzeitplan mal gucken. Aber eine Traumhochzeit wäre schon ganz schön. So, aber das war's jetzt erstmal. Wir gehen wieder zurück. Vielleicht können wir ihn ja morgen mal zu uns einladen. Mal gucken. Also den Sims morgen. Dann muss ich nur... Mh... Noch eine schöne Location später für die Hochzeit aussuchen. Vielleicht bauen wir auch eine. Ich muss mal gucken. Aber den müsste ich dann als nächstes eigentlich bauen. Weil... Die Hochzeit wird sich hier nicht so lange hinziehen. Hier geht es ja um das Kinderkriegen und... Äh... Ja. So. Aber erstmal... werden wir dann unser Tag nochmal verbringen. Ein bisschen mit Malen. Malen. Hm. Ach, sehr schöne Ängste. Ich frage wie immer... Ich weiß immer noch nicht so richtig, wie das mit den Ängsten alles funktioniert. Wie man die wieder wegbekommt. Das weiß ich gar nicht so richtig. Level 2 der Malereifähigkeit. Auch gut. So. Irgendwo muss ja das Geld herkommen. Verkäufst du mal. Ja, äh... Du kannst aufs Klo gehen. Ich werde auch mal kurz dieses Ruhm ausschalten, weil... Darum geht es ja eigentlich in diesem Let's Play nicht. Äh... Wie macht man das nochmal? Macht man das nicht hier? Oder wie schaltet man nochmal den Ruhm aus? Aus Rampenlichträten. Ja, äh... Äh... Was ist jetzt los? War, ähm... Ruhm da... Nee. So. Dann wirst du mal was kochen, eine Kleinigkeit. Und zwar ein Grillkäse. Ähm... Gleich mal eine Partygröße. Kannst du was weglegen von. Ja. Sie denkt auch ans leckere Essen. So. Ja. Kannst du erstmal eine Kleinigkeit essen und dann ist auch bald... Ah. Aber du brauchst doch was für einen Spaß. Haben wir eigentlich sowas wie ein Fernseher oder sowas? Nee, haben wir gar nicht. Äh... Was bringt denn noch Spaß? Haben wir auch was an Aktivitäten, was Spaß macht, was sie zwischendurch machen können? Ähm... Aktivitäten... Mal gucken, ob wir was finden. Macht Yoga eigentlich Spaß, weil sie könnte auch die Yoga-Fähigkeit für sich, äh... Macht das eigentlich Spaß? Also bringt das ihr Spaß? Halt. Dauer dich hin. Muss ich gleich mal austesten. Lauernde Ängste. Okay. Das packst du hier gleich. Die Qualität ist schlecht. Na super. Das packst du gleich im Kühlschrank. Ne, gucken wir mal, ob Yoga ihr ein bisschen Spaß macht. Na ja, schmeckt auch nicht besonders, ne? So. Moment. Es gibt ja auch diesen Mülleimer, der Geld bringt, wenn man da was reinschmeißt. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Jeremy Laurent angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Ja, ist er. So. Dann mach mal Yoga üben. Aber der ist, glaube ich, teuer. Der kostet, glaube ich, auch bei 1000 Simoleons. Mal kurz gucken. Hier finde ich ihn leichter. Den hier meine ich. 1200. Aber der bringt Geld, wenn man da was reinschmeißt. Der ist gut. Den nehmen wir jetzt einfach mal. Kriegen wir wieder rein durchs Gemälde malen. Komm. Ja, macht Spaß. So, lass ich sie jetzt mal ein bisschen Yoga machen. Aber es bringt ihr Spaß, das ist gut. Hat die Wellnessfähigkeit erworben, ja. Aber so geht der Spaß auch nicht runter, so viel, ne? Na, so viel bringt es aber auch nicht. Aber, ja, immerhin hat sie dann zwischendurch mal ein Hobby. Na, wer bist du? Agatha Knautschgesicht. Grünzeuglandbesitzerin. Oh. Ja, die kommt von, ich glaube, Hanford und Beckley. Level 2, ja. Aber davon geht jede ganz schön runter. Aber ein bisschen bringt dir das Spaß. Ableben durch Erfrieren. Oh, nee. Geh rein. Jesus, schnell rein. Oh, je. Nee, nee. Anerkenner für die Arbeit, weil wer Sagensangst hat. Okay. Dann nimm mal eine warme Dusche. Und dann gehst du mal schlafen. Schlafen. Und dann werden wir morgen, den nächsten Tag, mal Jeremy einladen. Warte mal. Ich will mal die Lichter auch automatisch machen. So. Genau. Dann laden wir ihn morgen mal zu uns ein. Ich kann was schönes kochen oder sowas. Mal gucken. Okay. Dann gehst du mal morgens Hygiene machen. Nutzenduschen. Ich bin schon. Ja. Na? Wie wär's gewesen? Mit runterziehen oder sowas? Das machst du gleich auch noch, ja? So. Dann wärst du was von deinem leckeren, naja, Grillkäse holen. Äh. Nein, zur Uni gehen wir jetzt nicht. Kann man eigentlich in den Einstellungen die Ängste ausstellen? Ich weiß es gar nicht. Weil... Irgendwie... Warte, ich will mal kurz gucken. Laptop... Da nicht. Das müsste ja bei Gameplay dann sein, ne? Ja. Mh... Äh... Neue Sims ohne Ruhmaufbau. Ein bisschen Schmutzung. Und... Schmutzung. Ist... Schmutzung. Schmutzung. egal gucken wir das irgendwie wegkriegen ja ich weiß dass ich lecker war und wir haben 10 simoleons bekommen so es ist sieben dann werden wir ihn mal einladen einladen auf aktuellen grundstück abzuhängen wird gleich da sein perfekt dann machen wir ein paar witze es macht auch spaß so hier lustig schmutzigen witz erzählen ja aber es läuft schon ein bisschen muss ich sagen lustige geschichte hattest du den witz jetzt erzählt insider wird 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 über sunset valley ja warum nicht nach wohnungslöse können wir auch schon geben ein bisschen früh oder wird polizei wird es machen ja aber es läuft ja mach einfach mal weil ähm wir werden ja es wird hier ein bisschen schneller gehen dass wir zusammenkommen nein 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 nicht minus was ist jetzt passiert freundlich interessen farbtheorie reden hobbys komplement gem wegen gesichtsbarer unterstützen warum ist das ein komplement aber äh das komplement hat ihm nicht so gefallen mitarmt euch mal freundlich hey so tiefgründige unterhaltung Er ist romantisch. Ähm, was wir auch hier hin platzieren müssten, wäre ein Restaurant. Fällt mir grad ein. Dass wir da unsere Date hin verlegen können. Sie sind gute Freunde geworden. Das passt doch schon mal. So. Das mach ich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Dass wir dann auch unser Date haben können, werde ich ein Restaurant platzieren. Erstmal eins aus der Galerie. So. Ja. Wir können ja schon mal ein bisschen anfangen zu flirten. So ganz leicht. Äh. Hallöchen, Snow. Hör mal. Das ist alles eine lange Geschichte. Meine Familie ist ein wenig in Schwierigkeiten. Und wir brauchen für eine Weile was zu übernachten. Du hast so ein paar zusätzliche Schlafplätze. Nicht wahr? Danke. Sag mal, warum wollen die eigentlich alle bei mir übernachten? Schon in einer anderen Familie? Nein. Ich hab keinen Platz. Aber er geht drauf ein. Auch ein sehr snöchig. Bethany, die wir auch sehen machen. Und jetzt kriegen wir die romantische, die romantischen Striche mal. Ja, es läuft. Der nächste Feuer kann auch schon bei uns einziehen. Geht alles schnell. Aber hier geht es noch mehr um die Challenge. Und deswegen... So. Jetzt kann er sich erstmal hier bis er nach Hause geht. Ich werde noch ein Gemälde malen, weil wir haben das Geld zu viel ausgegeben. Für den Mülleimer. Ja. Und ihm gefällt wohl auch Yoga. Ja, warum nicht? Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Immer wieder gerne. So, aber das war es jetzt hier für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir uns darum kümmern, dass er bei uns einzieht. Dass wir ein Date haben vielleicht. Also als erstes das Date. Und dann, dass er einzieht. Und dann können wir uns auch bald um Verlobung, sowas kümmern. Und dann, ja. Auf jeden Fall war es das für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.